Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Deutschland verbraucht natürliche Ressourcen für ein Jahr bereits im Juli. Unser Planet geht bankrott. Die natürlichen Ressourcen des Jahres 2024 sind verbraucht. Ähnlich wie ein Bankkonto werden bei übermäßigen Ausgaben die Reserven irgendwann aufgebraucht sein. Bei unserer Erde ist das leider nicht anders. In diesem Jahr haben wir, die globalen Bewohner unseres Planeten, unser ökologisches Budget bereits am 2. Mai aufgebraucht. In anderen Worten, wir haben die natürlichen Ressourcen, die unser Planet innerhalb eines Jahres erneuern kann, bereits verbraucht. Der jährliche Welterschöpfungstag fällt damit immer früher im Jahr. Der Global Footprint Network, GFN, eine internationale Non-Profit-Organisation, die das Datum des Welterschöpfungstags ermittelt, betont, dass unser gegenwärtiges Konsumniveau nicht länger haltbar ist. Unsere Nachfrage nach natürlichen Ressourcen übersteigt die Fähigkeit unseres Planeten, diese zu erneuern. Das Global Footprint Network verwendet Daten der Vereinten Nationen und eigenen Berechnungen, um den Fußabdruck des Menschen auf dem Planeten zu ermitteln, ein Indikator für den Verbrauch natürlicher Ressourcen und die Erzeugung von Abfall. Der aktuelle Trend zeigt, Kundenbedürfnisse und Verbrauchernachfragen wachsen schneller, als unser Planet Ressourcen generieren kann. Dieser bedrohliche Zustand der Dinge sollte uns aufhorchen lassen. Wir können nicht weiterhin so tun, als wäre unsere natürliche Umwelt eine unerschöpfliche Quelle, aus der wir ungestraft und unbegrenzt schöpfen können. Wenn wir unsere Lebensgrundlagen schützen und unsere Zukunft sichern wollen, müssen wir unseren Umgang mit natürlichen Ressourcen radikal überdenken und daraus resultierende Handlungen erheblich verändern. Die Umweltsituation könnte noch düsterer aussehen, denn Ökologen vermuten, dass unser tatsächlicher Verbrauch noch höher liegt. Klimawandel, Artensterben und schwindende Wasserressourcen – das sind nur einige Beispiele für die alarmierenden Folgen, die unsere rücksichtslose Ausbeutung mit sich bringt. Es bleibt uns also keine Wahl. Entweder wir passen unser Konsumverhalten so an, dass es auf dem Planeten nachhaltig ist, oder wir riskieren, dass folgende Generationen die Konsequenzen unseres verschwenderischen Lebensstils tragen müssen. Gemeinsam können wir etwas bewirken. Sei es durch bewussteren Konsum, ökologische Gerechtigkeit und Bildung oder durch politischen Aktivismus. Unser Planet hat keine Stimme, aber wir haben eine. Es liegt an uns, sie zu nutzen. Autor Anita Farke, Donnerstag, 2. Mai 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.